Moment, da geh ich ein Stück beiseite. Wenn wir jetzt so zehn Meter ausweichen, dann haben wir das gleich gelöst mit dem Hunter. Ja, ja. Für die Wissenschaft! Feuer frei! Gut. Ach, das ist ja... Junge, Junge, Junge. So viel Qualm. Einer reicht nicht bei einem Hunter, ihr Idioten. Oh Gott. Hat er überhaupt getroffen? Welcome back. Oh Gott. Ich auch. Stark Marvin, stark.